In diesem Video zeigen wir, wie die funktionale Satzgliedanalyse funktioniert und wozu er sie benötigt. Wie kann ich nun herausfinden, welche Funktion ein Satzglied hat? Nehmen wir den Satz Im besten Fall haben wir hier schon die Phrasen bestimmt. Wir haben In der letzten Phrase steckt mit Diese Bestimmung hilft uns schon enorm, die Satzglieder zu erkennen. Das Verb bildet inhaltlich den Kern des Satzes. Es erfüllt die Funktion des Prädikats. Davon ausgehend sehen wir zwei Nominalfrasen. Eine steht im Nominativ. Das kann also nur unser Subjekt sein. Formal betrachtet ist das Subjekt immer die Nominalfrase im Nominativ. Die andere Nominalfrase steht im Akkusativ. Hier haben wir also ein Objekt, das wir seiner Form nach als Akkusativobjekt bestimmen. Übrig bleibt die Adverb-Phrase. Adverb- und Adjektiv-Phrasen können der Form nach weder Prädikate, Subjekte noch Objekte sein. Es handelt sich hierbei um ein Adverbial. Adverbiale kennzeichnen eine lokale, temporale, modale, instrumentale oder kausale Situation des bezeichneten Sachverhaltes. In unserem Fall wird der Umstand temporal eingeordnet. Außerdem haben wir noch alte übrig. Wir haben aber bereits festgestellt, dass diese Adjektiv-Phrase untergeordnet ist. Also nicht alleine ins Vorfeld geschoben werden kann. Es handelt sich dabei also um kein Satzglied, sondern ein Gliedteil. Somit erfüllt es die Funktion eines Attributs. Attribute funktionieren semantisch ähnlich wie Adverbiale. Allerdings bestimmen sie nicht den gesamten Sachverhalt näher, sondern hier nur unser Objekt. Das Haus ist alt. Es ist daher sinnvoll, zunächst formal zu bestimmen, ob es sich bei einer Phrase um ein Satzglied oder ein Gliedteil handelt. Dann können Adverbiale und Attribute nicht verwechselt werden. Schwierig ist dagegen oft die Unterscheidung zwischen Adverbialen, die die Form von Präpositional-Phrasen haben und Präpositional-Objekten. Schauen wir uns dazu zwei kleine andere Beispiele an. Er wartet auf den Bahnsteig. Er wartet auf seine Tante. Es gibt mehrere Proben, die aber nicht immer gleich gut funktionieren. Erstens. Wird die Präpositional-Phrase vom Verb gefordert? Ist sie Teil der Verbvalenz, haben wir ein Präpositional-Objekt. Ist sie kein Teil der Verbvalenz, ein Adverbial. In Beispiel 2 fordert Warten jemanden, der wartet und jemanden, auf den gewartet wird. Auf jemanden warten. Es muss also ein Objekt sein. Zweitens. Hat die Präposition ihre ursprüngliche Bedeutung oder hat sie ihre Bedeutung verändert oder gar verloren? Ist die ursprüngliche Bedeutung aktiviert, ist es ein Adverbial. Ist die ursprüngliche Bedeutung verloren gegangen, ein Präpositional-Objekt. Das hilft uns schon mehr. In Auf dem Bahnsteig ist die lokale Bedeutung der Präposition gegeben. Jemand steht auf etwas drauf, während im zweiten Beispiel ja niemand auf seiner Tante draufsteht. Drittens. Kann man die Präpositionen austauschen oder nicht? Wenn sie austauschbar sind, ist es ein Adverbial. Sind sie nicht austauschbar, ein Präpositional-Objekt. Auch diese Probe bestätigt es uns. In Beispiel 1 haben wir ein Adverbial. Die Präposition lässt sich austauschen, sodass es auch neben dem Bahnsteig oder hinter dem Bahnsteig heißen kann. Versuchen wir, die Präposition im zweiten Beispiel zu ändern, gelingt das nicht. Das ist ja direkt mit der Präposition in dem Container treatmenten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017